Jo, hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder bei AtomTV und heute wird einfach mal nur getrunken oder so. Ja, viel Spaß beim heutigen Video, keine Ahnung. Auf der Fensterbank. Ach, ne, Köln? Vor der Tatscheibe. In der Tusche. Im Treppenhaus. Auf dem Speicher. Beim Training. Ja, im Grunde genommen wollte ich eigentlich damit sagen, weil so einem schönen Wetter sieht man halt überhaupt. Ja, moin. Geile Aussicht, oder? Auch wenn man kaum was sieht, weil das Dachfenster echt, ja, ein bisschen dreckig ist. Scheiß mal um Dachfenster. Auf jeden Fall, ja, immer genug trinken, gerade wo es jetzt wärmer wird. Wir haben wieder über 20 Grad. Hier im Speicher sind sowieso bestimmt 25, 30 Grad. Ich werde jetzt noch ein bisschen was trainieren, da seid ihr natürlich mit dabei. Und immer genug trinken und am besten auch keine Cola. Egal. Erstmal was trinken. Bin ich eigentlich der Einzige auf diesem Planeten, der schwitzt, ne, der hat eigentlich nicht den Jeanshosen trainiert. Okay, könnte dran liegen, dass ich hier jetzt gleich eh in die Waschmaschinen tue. Aber naja, erst mal was trinken, Leute. Ich bin am schwitzen wie Sau. Mashallah, sag einfach der Dumme, in Jeanshosen trainieren. Alles klar. Aber bevor ich das gelb vergesse, Leute, ne, erst mal was trinken. Ja, ich wollte dann auch mal sagen, das war's dann auch von dem heutigen komischen Video. Ja, moin. War ein bisschen komisch, bisschen crunch. Ich hoffe, ihr hattet irgendwas zu lachen oder hat ein bisschen Spaß. Dann wollte ich sagen, das war's dann auch vom heutigen Video. Bin heute Abend live auf Twitch. Kommt vorbei. Topsenarmy. Link nochmal in der Beschreibung. Und dann sag ich halt mal, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Das war wieder euer TopsenTV. Und tschüss. Und Abo und Glocke aktivieren. Nicht vergessen, Leute. Haut rein.